Hier geht es um das Umdrehen einer Liste. Das hier ist der entsprechende ausführende Code, bei dem am Anfang eine Liste erstellt wird, ein paar Elemente hinzugefügt werden. Dann gebe ich die Liste an der Konsole aus und anschließend drehe ich sie um, speichere mir die umgedrehte Liste in einer neuen Liste und gebe die wiederum an der Konsole aus. Man sollte am besten auch die Fälle testen, dass nur zwei Eins und keine Elemente in der Liste vorhanden ist. Dafür ist der entsprechende Code hier unten. Ich habe das Ganze hier in meiner Listenklasse in zwei Teile geteilt. Einmal den Code für das Umdrehen und einmal den Code für die ganze Liste selbst einfach. Das hier wären auch, sage ich mal, die entsprechenden Vorkenntnisse, dass einem das alles klar ist. Ich habe hier einfach meine Knotenklasse mit einer Referenz auf den nächsten Knoten und eben das Speichern des Wertes, der beim Konstruktor übergeben wird und nur über eine Eigenschaft abrufbar ist von außen. Daneben habe ich dann in der Knotenklasse den Kopf meiner Liste, dann einen privaten Konstruktor, an den ich hier innerhalb der Klasse einen Knoten übergeben kann, der dann zum Kopf der Liste wird. Ein Standard Konstruktor, der von außerhalb der Klasse verfügbar ist, der nichts macht. Und zuletzt habe ich dann drei Methoden. Einmal eine Methode zum Hinzufügen eines Knotens, die erst nachschaut, ob die Liste nicht leer ist. Und wenn die Liste nicht leer ist, iterieren wir bis ans Ende der Liste, fügen das Ganze ein. Und wenn die Liste leer ist, können wir uns das natürlich einfach als Kopf speichern, was wir hinzufügen. Die Ausgabemethode, da habe ich einfach die ToString-Methode überladen, die mir dann ein schönes String bastelt, das die Elemente dieser Liste beinhaltet. Und am Ende noch einfach eine Methode, damit im Code das ein bisschen schöner zu lesen ist, wenn ich prüfe, ob die Liste leer ist. Nun, das wäre der Listen-Code. Und dann haben wir jetzt eben den Code zum Umdrehen einer Liste. Und zu Beginn definieren wir uns hier drei Variablen. Und am besten, wenn man sich das, sage ich jetzt mal, von oben nach unten eine Liste vorstellt, wo oben der Kopf ist, sollte man sich das vielleicht auch am besten so vorstellen, dass wir da eben drei Hilfsvariablen haben. Und wir iterieren ja irgendwann durch unsere Schleife hier. Und dabei schieben wir diese drei Hilfsvariablen im Grunde immer eins weiter. Und in dem Moment, wo aber wir quasi die Referenzen auf drei verschiedene Elemente haben, in dem Moment können wir immer die Referenz umdrehen, die jetzt gerade in die eine Richtung gezeigt hat. Und so wandern wir im Grunde durch unsere Liste durch. Also am Anfang tun wir hier auch nur im Grunde uns den Nächsten zwischenspeichern, damit wir dann anschließend diese Referenz umdrehen können. Und anschließend müssen wir halt dann unsere ganzen Hilfsspeichervariablen weiterschieben. Und am Ende rufe ich hier halt meinen privaten Konstruktor auf, an den ich einfach dann den neuen Kopf der umgedrehten Liste übergebe, der am Ende der Schleife in Prev gespeichert ist. Und ja, falls die Liste nicht leer war, falls die Liste leer war, geben wir einfach eine neue leere Liste zurück. Bei dieser Methode, die ja eine Liste zurückgibt und nicht die eigene Liste gerade umdreht. Aber ansonsten könnte man die hier einfach überspeichern. Gut, das wäre die iterative und ich denke auch besser verständlichere Lösung. Und dann können wir das Ganze aber auch rekursiv lösen. Und wenn wir das Ganze rekursiv lösen, muss ich hier einen kleinen Workaround machen, weil ich möchte, dass meine Methode eine Liste zurückgibt. Deswegen habe ich quasi hier dann eine private Hilfsmethode, die dann nur den Knoten zurückgibt beim jeweiligen rekursiven Aufruf. Und beim letzten Aufruf sollte die dann den neuen Kopf meiner umgedrehten Liste zurückgeben. Wir fangen am Anfang der Liste an, speichern uns diesen Anfang auch wieder sozusagen zwischen und speichern quasi uns auch den nächsten zwischen. Und dann können wir den Link zwischen diesen beiden einfach auflösen und das wiederholen wir. Das wiederholen wir so lange, bis wir irgendwann an dem Punkt anstoßen, dass wir auf dem letzten Element das Ganze aufrufen. Und in dem Moment wird diese Methode eben merken, oh, da gibt es kein nächstes Element mehr, dessen Verlinkung ich auflösen muss. Und jetzt kann ich einfach diesen Knoten, den ich mir gerade angeschaut habe, gebe ich jetzt zurück. Und dann wird mein Aufruf-Stack im Grunde aufgelöst und die Verlinkung einfach zu dem davorigen gemacht. Und jedes Mal, wenn eine Methode von meinem Call-Stack verschwindet, in dem Moment wird die neue Verlinkung hergestellt und als letztes Element habe ich dann quasi den Verweis auf meine neue Liste, eben den neuen Kopf. Und der wird dann hier in dieser Methode wieder zurückgegeben und als umgedrehte Liste wiederum zurückgegeben. Und der wird dann hier in dieser Methode wiederum zurückgegeben.